einen wunderschönen guten timing und jetzt willkommen bei der neuen folge von windblown es geht wieder mal von vorne los wie schon so oft ja die katar die nehme ich mal nicht mit dafür die ninja stars bladestorm so rostner level 2 ja komm so direkt am anfang kann man so was mitnehmen dann kann der bladestorm weg ich denke so im ersten gebiet kannst du dir solche sachen noch erlauben teilweise vielleicht sogar im zweiten gebiet ja aber hier ist aktuell noch relativ easy alles mitnehmen alles habe ich alles ja all diese kleinen müschelchen die müssen mitgenommen werden ach die scheiße 22 damage alter ok maximum health plus 50 direkt mitnehmen und hier schiedelt level 2 weißt du was aber die ninja stars weg wie sie das hat noch mal mit dem schild sag mal bladestorm level 2 dann mach mal die guhbombe weg so hat nicht funktioniert ok noch eine truhe das wäre doch gut wenn ich den ganzen mist hier auch überlebe dann wenigstens zeug auch wenigstens mitnehmen kann na komm da hat jetzt die kombo nicht oh ravenblade ok die kombo irgendwie nicht funktioniert aber ging noch mal gut was haben wir hier without taking damage kriege ich hin ja schon verkackt sehr gut challenge fällt in der animation hat er mich getroffen naja ich kann schon mal ein paar sachen mitnehmen von daher ist schon erfolgreicher run ey na komm na los easy ja gibt mir ein schönes gift äh shattering freeze steels ne das klingt doch gut nehmen wir das hier mal mit oh es ist gut ah 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 ne 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 scheiße noch mehr amas ja encrypted memory burning crystals und hier ignore the first kills refill trinkets weapon and trinket 40% mehr schaden in der nähe vom target das nehme ich mit komm na los ey wieder in der animation getroffen gleichheit hier na los ist sie ja kann ich hier hoch gehen ja Frage ist natürlich ist denn hier überhaupt was oder ah das ist der weg lol alter na los ja ja äh damage plus 5% memo night dust na warte mal ja die truhe gibt mir nur koks ok na los ey ich heil mich jetzt nicht ne ja man ach weiß weiß das ist noch so memo night shard gift äh when hit creates an explosion nochmal 5% von meinem damage hinterher ok das war es mit dem level oder ja dem er noch alles mitteilen muss ich mich ja nicht also mache ich ja automatisch da kommt wie sie so ja ich muss ein halt dran mitnehmen oder was hätten wir hier noch survival safety from death one sind ja okay ich nehme den mit komm ok dann gehen wir direkt weiter let's go let's go let's go der headbanger der ist heute fällig der ist heute fällig na komm sag mal meine güte wieder 23 damage ninja star ja komm mach den schild weg der ist nicht so mein ding der schild ja ich hab wieder einen versuch wert aber das war es dann auch schon wieder ich muss wieder zurück zur fernkampfwache ich fühle mich einfach wohler so dieser funktioniert doch schon viel besser funktioniert doch schon viel besser das nehmen wir mit aua ey ja noch eine ach du scheiße okay meine fresse wieder viel noch mehr sag mal ja ja okay geht doch da habe ich jetzt aber mehr erwartet wenn ich so viele wellen erledigen muss du mark's merch into a stronger one okay blast size plus 50 prozent dann dämme nehmen wir den mal mit und den da weg so habe ich überhaupt so einen blast glaube ich habe ne ich habe den ja gar nicht ich trottel naja ich gehe mal hier ran okay das wiederum war angenehm äh trinketree fail faster ja komm mach die ganze kollegen hier weg tu memo night das ja nehm alles mit was ich kann sofern ich es überhaupt auf die alche zurückbringen kann das ist natürlich die herausforderung das ist die voraussetzung wen haben wir hier komm mal ran ja was ist hier keine truhe using a drink it activates rush ja komm dann nehmen wir direkt den wieder weg recyceln okay so alles abgeben sehr gut äh 20 prozent heilen ja das kann ich tatsächlich gut brauchen da bin ich jetzt so ehrlich äh so ich war wieder in der animation drin das gibt es ja nicht ja für nix habe ich mich geheilt maximum health so na los rodele na warte mal habe ich hier diesen blast ah da ist er der blast okay ja nur wegen den ninja stars brauche ich jetzt kein äh gift lemonite dust er wird alles mitnehmen hopp nur noch ein bisschen danke ich schneif level 3 okay ja i'll take it was haben wir sonst noch so ist hier drin was nee nichts egal nee 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 warte mal ja geht doch so bladestorm level 3 ja why not ne was haben wir hier eine truhe weapon star nee das kann recycelt werden was ist das hier na los er checkt ja mal gar nix hier sehr gut encrypted memory balance okay okay noch ne truhe hallo mach das weg da katsachs level 3 brauche ich nicht ah jetzt werden wir wieder zurück ganz zurück okay wunderbar können wir hier durchgehen ne 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 a a a a a a aua yeah memo night short memo night dust und ein boost äh schade keine 50 leben aber ist okay ja aber die heilung brauche ich wohl trotzdem bald ne mit der headbanger der wird er sowieso kommen von daher without taking damage ach du scheiße das war knapp oh gott im himmel okay ich hab's geschafft sehr gut gib mir ein geiles gift mehr cox wenn ihr only schmark deal criticals ähm sagt mal her ja mach den da weg ja gift ja komm können wir mal mitnehmen why not ach du heilige scheiße ah ja okay warte mal das war jetzt gar nicht gut du ne das war gar ganz schlecht ey also bitte was soll ich denn da machen war ja mitten in der scheiß animation ja ja geht doch äh katar speedball oh ja gib mir den beatball ja okay ist hier noch irgendwas oder nö nur noch zwei heiltränke und ich hab so viel material was ich abgeben können und jetzt kommt natürlich der headbanger wenn ich jetzt sterbe ne da komm okay so ist gut komm ah scheiße das war schlecht ich friere den ein warte mal ah scheiße das geht nicht okay heilen danke sehr schön okay er ist wieder eingefroren das finde ich schön du musst aber schon aufgreifen mein lieber ne komm rein hier gut das war gar nichts ne warte okay scheiße 50 fucking damage ey ja na los mach ihn fertig alter kriege ich keine belohnung oder was ja doch memonite shard memonite fragment memonite dust das kriege ich als gift wenn du an dich amark launchen alter attack signal rush damage geht hoch mach den da weg okay hat schon funktioniert mit dem oder ja 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 jetzt haben wir noch einen heiltrank respektive zwei wenn ich jetzt den nächsten kaufe unangenehm unangenehm naja dann musst du ja den hier kaufen äh kills heal you necromancy okay oder level 4 ninja stars ne ne gib mir den äh das ist nicht der mag dashing through foe marks ja dann macht das weg okay und hat noch einen memonite dust weil ich gehe nicht davon aus dass ich die red village überlebe so geht mal alles ab komm fischi sehr gut continue expedition wir machen aber unsere expedition morgen weiter ich sage danke bis zu schauen habt einen wunderschönen tag macht's gut meine lieben tschüss